Na los, die Geschosse ins Rohr! Ja, Commander! Navigation, Kurs auf die Anlage! Roger! Offizier, eine Hand auf den Knopf, wir fangen gerade erst an! Verstanden! Pilot, Sie haben die Kontrolle. Vor Ort umkreisen Sie das Ziel und bringen uns ran. Sir! Funk, ich will General Shepard. Ich bin dabei. Shepard ist dran, Sir! Gold Eagle, hier ist Shadow 1. Hören Sie mich? Laut und deutlich, Shadow 1. Sprechen Sie! Ich musste Ihre Jungs retten. Zum Glück haben Sie Freunde ganz oben. Dafür sind Sie da. Und jetzt die gute Nachricht. Wir haben was. Zu Hassan. Sind im Anflug zur Zielposition. Wir holen uns den Bastard für ein kleines Gespräch. Das wollte ich hören. Berichten Sie, wenn Hassan im Sack ist. Alles klar. Ende. Alle Shadows herhören. Die Jungs da unten. Mexikanische Spezialeinheiten. 1-4-1. Sind jetzt eure Brüder. Sie gehören zu uns. Erledigen wir das, ja? Ja, ja. Okay. Ghost is Shadow 1. Wir sind jetzt über der Anlage. Warten auf Sichtkontakt. Shadow 1, Bravo 07. Wir markieren unsere Position mit dem IR Laser. Over. Verstanden, 07. Wie finden wir Hassan? Er wird eine bewaffnete Wache haben. Kartellschutz. Es gibt viele Verstecke. Waves bietet Luftnahunterstützung. Wir sichern die Gebäude. Verstanden. Markierung setzen. Shadow 1. Wir sind östlich der Anlage. Position markiert. Luftnahunterstützung. So, wir sind jetzt im Flugzeug. Yo. Waffen ab. Bestätigt. TV, Verbündete sind mit IR Laser markiert. Sichtkontakt bestätigen. Shadow 1, Bravo 07. Wir setzen IR Markierungen. Habt ihr Sichtkontakt? Auf. Ja, ich... Bruder, ich such grad. Hä? Sichtkontakt zur Verbündeten bestätigen. Wo? Ach da. Sicht bestätigt. 07. Markierung bestätigt. Shadow 1. Achtung. Hassan ist mit einer bewaffneten Wache unterwegs. Ihr deckt außen. Wir sichern die Gebäude. Verstanden? 07. Verstanden. Bewaffnete Wache. Wir sichern das Gebiet, damit ihr rein könnt. Bereithalten. Verstanden. TV scanne nach vielen mit einer bewaffneten Wache. Finden wir diesen Mistkerl. Shadow 1. Ein Truck verlässt die Stelle und fährt nach Westen. Bestätigt. TV verfolgt das Fahrzeug. Der Truck bewegt sich jetzt in südwestlicher Richtung auf dem Feldweg. Vor ihnen sind Unbekannte. Sieht nach noch mehr Bauern aus. Warte. Sieht ihr irgendwelche Waffen? Negativ. Keine Waffen, keine Wachen. Verstanden. Scand weiter. Der Truck hat gerade auf dem Weg angehalten. Aber warum? Shadow 1. Wir haben Ziel im Gewächshaus nordwestlich von uns. Markieren jetzt. TV auf diese Gruppe ran zoomen. Ich will Identifikation von Hassan. 07. Keine Sicht auf das Ziel. Wie lautet der Befehl? Der Armecomboi holt auf. Wir gehen rein. Wenn er flieht, nehmt ihn ins Visier. Graves. Grünes Licht für den Außenangriff. Wir sichern dann die Gebäude. 07. Verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Alle Shadows. Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Verstanden. Nur bewaffnete Einheiten. Nutzt 25 Millimeter, um Kollateralschäden zu minimieren. Machen wir etwas Musik. Alle Shadows. Feuern überprüfen. Sie gelisten im Gebiet. Nicht auf die Gebäude feuern. Habe ich doch gar nicht. Wir sichern dann die Gebäude. 07. Verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Die Leute können wir uns 20 Millimeter nutzen, ne? Alle Shadows. Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Verstanden. Nur bewaffnete Einheiten. Nutzt 25 Millimeter, um Kollateralschäden zu minimieren. Machen wir etwas Musik. Alle Shadows. Weil das ein Bauer ist da drauf. Verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Alle Shadows. Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Verstanden. Nur bewaffnete Einheiten. Nutzt 25 Millimeter, um Kollateralschäden zu minimieren. Alle Shadows. Feuer frei. Getroffen. Geh' weiter. Geh' weiter. Geh' weiter. ich habe doch eben gerade immer eingesehen haben wir noch weitere einheiten in der gegend keine aktivität 07 alle sichtbaren ziele ausgeschaltet über shadow 1 bestätigt wir sichern zuerst die stelle ein markieren jetzt sie erfasst 07 markierung bestätigt grünes licht weiter shadow 1 wir bewegen uns jetzt wenn das ziel abhaut sagt uns bescheid shadow 1 bestätigt so sicher die rechte seite vorstoß machen sie machen sie die kürze der zahlenmaß die kürze auf flüchtige hatten unbekannte kommen gerade aus den ständen gerne nach haften schlattet schlattete einheiten roger feuer von zivilisten gebrochen negativ für hassan bereich ist trocken mehrere fahrzeuge nähern sich von süden feindliche truppen bewegen sich auf die stelle zu gut verstanden warum rennt denn da wieder hin arschloch und das wird kommen gerade aus den stellen verweich ist trocken mehrere fahrzeuge nähern sich von süden feindliche truppen bewegen sich auf die stelle zu groß verstanden wir müssen aus dem gebäude raus gegen das norden roger unterwegs graves wir sind raus macht das gebäude jetzt 07 verstanden nahfeuer tv grünes licht für 40 mm rückwärts 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 weitere truppen im gewäckshaus an alle einheiten bewaffnete im gewäckshaus kontakt nicht schießen nicht schießen upsala unbekannte kommen gerade aus den stellen erreicht jetzt bewaffnete einheit zu sich von roger feuer von zivilisten fernhalten feind getroffen graves negativ für hassan der reich ist trocken mehrere fahrzeuge nähern sich von süden feindliche truppen bewegen sich auf die stelle zu groß verstanden ihr müsst aus dem gebäude laufen gees nach norden roger unterwegs graves wir sind raus Humme mach das gebäude flach JETZT 0C Zastan an alle einheiten bewaffnete im gewäckshaus Kontakt! Nicht schießen! Hassan könnte drin sein. TV, hast du Sichtkontakt ins Gebäude? Beschädigt. Sekunde. Kein Sichtkontakt zum Ziel. Anscheinend nur bewaffnete Einheiten. Ghost, halt deine Leute zurück. Greifen das Gewächshaus an. Verstanden. TV, Freigabe das Gewächshaus kraft zu machen. Shadow 1, guter Treff aufs Ziel. Wir rücken vor. Roger, 07. Ei, 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 ei. Wir sind am Arsch. Was scheiße? Wo steckt der Wächser? Er muss in der Anlage sein. Shadow 1, wann trifft dieser Konvoi ein? 07, Konvoi ist 6 Kilometer entfernt. Beeiligt euch und sichert Exfiltration. Ich kontaktiere Rosolfo. Macht das. Graves, bereiten Exfiltration vor. Achtung, die Anlage ist unser letztes Ziel. Bestätigen. Bewegungen der Anlage. 07, bestätigt. Position halten, bis wir das Gebiet gesichert haben. Shadow 1, Truppenkontakt. Raketenwerper. Rekrömer schnell. Shadow 1, Ziele sind beim Wasserturm. Feuer. Erwischt. Ghost hat erwischt. Guter Angriff. Mann am Boden. TB, ich will eine Feuerwand um unsere Jungs. Lass die Völle regnen. Auf Aktivität achten. Gesichert. Ghost, da regt sich nichts mehr. Wie ist dein Status? Ihm geht's gut. Die Kugel schlägt den Panzer. Bestätigt. Gut, dass du besser zielst als die. Verstanden, 07. Achtung, bis zur Anlage ist der Weg frei, aber das Tor ist versperrt. Verstanden. Verschafft wir uns Zugang, ja? Wir machen euch die Führ auf. Sekunde. Boom. Guter Treffer aufs Ziel. Ghost, Tür ist offen. Ihr könnt weiter. Verstanden. Rücken vor. Feindliche Einheiten auf dem Hof. Unseren Leuten Feuerschuss. Treffer. Treffer. Also wir ziehen genau diese Dinger, aber auch, also wenn, also ich glaube ja schon, dass das sehr detailgetreu ist teilweise, ne? Aber ich, das wäre krank, wenn das so, so exakt ist, ey, also die, 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 kräftgenauigkeit. Was ist mit der Exfiltration? Noch fünf Minuten. Das wird knapp. Also dann tun wir's. Brechen durch. Shadow 1. Patern ist identifiziert. Er geht nach oben. Grave, er verlässt den ersten Stock im Nordwesten. Zielperson möglicherweise identifiziert. Mehr feindliche Truppen auf dem Hof. Ja, das ist Tata. Erlaub uns halt. Nicht auf die Gebäude feuern. Wird nicht reingelaufen. Zielperson ist jetzt drin. Südwestliches Gebäude. Erster Stock. Hä? Ich hab doch auf kein Gebäude gezielt. Sag mal. Stock im Nordwesten. Nicht auf die Gebäude feuern. Guter Einschlag. Mehr feindliche Truppen auf dem Hof. Alle ausreiten. Guter Schuss. Hör nicht reingelaufen. Zielperson ist jetzt drin. Südwestliches Gebäude. Erster Stock. Unsere Leute machen das. Deckung geben. Runter! Runter! Sofort! Wer seid ihr verdammt? Richtigkeit ist eine Spezialeinheit. Du kommst mit uns. Shadow 1 Bravo 07 Checkport. Ich wiederhole Checkport. Zielperson in Gewahrsam. 07 verstanden. Wie steht es um die Evakuierung? Hier ist Victor 1 1. Evakuierung ist zwei Minuten. An alle Shadows. Der Militärkonvoi nähert sich dem Einsatzgebiet. Wo soll er denn? An alle Einheiten. Achtung. Konvoi nähert sich dem Einsatzgebiet. Bestätigt, Shadow 1. Gut beobachtet. Alejandro, wie geht's weiter? 40 mm. Teil. Das ist ein Schattel. Ihr habt Anglitzfreigabe. Shadow, bitte kommen. Verstanden. An alle Shadows. Mexikanische Armee gilt das weiblich. Bibi, du hast Feuerfreigabe auf dem Konvoi. Alle nach. Bitte warten. In dem Gebiet ruht sich nichts. An alle Einheiten. Keine Ziele mehr zu sehen. Ihr könnt fortfahren. Shadow 1. Verstanden. Echt viel Dressunit auf dem Weg. Oh Mann. Das war so entspannt. Halt die Schnauze. Wir werden dir bezahlen. Die Naturistenzeitkernade. Deinen Arsch nicht zurückgelassen. Wir könnten auf Wiederstand stoßen. Wir haben Luftunterstützung. Wir schaffen es. Das war's. Los. Shadow 1. Geht gesichert. Es geht zurück. Verwarnet. Köder auswerfen und an Land ziehen. So will ich das haben, Shadows. Oh, ich liebe diesen Scheiß. Und Funkverbindung zum General. Chat. Graves, ich höre. Gute Neuigkeiten. Und Ob. Wir bringen ihn in diesem Moment in die Basis. Beeeilung. Wir können ihn nicht lange festhalten. Roger. Alles klar. Nähren uns an der Stadt im Norden. Warten ab. Achtung. Verbündete haben auf der Straße gehalten. Alle Einheiten. Was dauert denn da so lange? Zero 1. Aktivität an der Tankstelle voraus. Könnte Kartell sein. Markieren jetzt. Okay. Wir erkunden das Gebiet. Bereithalten. TV. Wir brauchen Sicht auf die Tankstelle. Pronto. Sicht bestätigt. Navigation. Overlay ID auf Tankstelle platzieren. OID platziert. Mehrere Unbekannte im Gebiet. Gern nach Waffen. Sieh, ob das Kartell Ärger will. Keine Waffen gesichtet. Mehr Unbekannte südlich der Tankstelle. Sieht aus wie ein Markt. Okay. Overlay ID platziert. Haben wir Feindaktivitäten? Negativ. Scheint alles sicher zu sein. Packen wir die Sache an. Alle Einheiten. Keine sichtbaren Gefahren im Gebiet. Vordecken. Saison 1 verstanden. Wir rücken aus. Rosalvo. Los geht's. Alle Shadows. Boten-Team ist in Bewegung. Gebt ihnen Deckung. Ich glaub da ja noch nicht dran. Ganz ehrlich. Verquert einer die Straße. Was zum Inka treibt er da? Shadow 1. Wir haben hier ein Problem. Geh aus. Steh weg. Rodelo. Rodelo. Fahr herun. Fahr herun. Sind. Sonst nach. Ja. Ja. Raus. Raus. Bewaffnete an der Kreuzung. Das ist der verdammte Hinterhalt. TV an den Abzug. Schütze unsere Leute. Verbündete scheinen sich zu bewegen. Deckung. Deckung. Alle Einheiten nach Feuer. Erstattet Statusbericht, wenn möglich. Shadow 1. Alles okay. Keine Verluste. Hassan ist gesichert. 07 verstanden. Colonel Vargas wieder auf den Befehl. Shadow 1. Wir beziehen Stellung im Gebäude Feneros. Over. Verstanden. Avanto. Verbündete betreten das Restaurant. Navigation. Das Gebäude markieren. Sicher. Aufpassen. Zivilisten verlassen das Einsatzgebiet. Luf nach Seite. Fester Trabé. Verbündete gesichert. Auf dem Dach des Restaurants. Rolfo, ruft die Helikopter. Kopiado. Hier ist Victor 3.1. Er bitte sofortige Evakuierung. Aktuelle Position auf dem Dach des Restaurants in Olmeda. Im Osten. Aktivität aus dem Krügel. Shadow 1. Stehen unter Raketenbeschuss von Osten. Wir markieren. Raketenwerfer. Verstellt mal die Kirche. Verstanden. Greifen an. Okay. Kirche. Raketenwerfer gesichtet. TV Kartell angreifen. Aber nicht auf die Kirche feuern. Da könnten Zivilisten drin sein. Hälfte 3.1 ist fast da. Fünf Minuten. Raketenwerfer. Alle Einheiten. Die Vögel sind unterwegs. Fünf Minuten. Hat der ein Glück, Alter. Der ist immer noch nicht tot. Werde beschossen. Entschuldigen. Verzähl bei der Schule. Verzähl bei der Schule. So, so geht das. Helfer. Fahrzeug in der NJ Nordosten. Beim Friedhof. Einschlag. Mehrere Kartellleute bei der Tankstelle. Zivilzen zerschuss. Waffe bereit. Treffer. Er hat's. Öl. Kleinkalibriges Feuer von der Tankstelle. Gut geschossen. Er kann es sehen. Finger vom Abzug. Gute Angriffe. Aktuell keine Aktivität. Bravo 07, Shadow 1. Alle Ziele in Sicht ausgeschaltet. Achtung. Vorräte sind knapp. Munition sparen. Sergeant. Status? Hassan ist sicher. Hassan ist sicher. Und er ist immer noch eine Arsch. Und ihr seid so stumpfsinnig, wie eure Kriegswaffen. Bravo 7 1. Erlaubnis Hassan, das Maul zu stopfen erteilt. Alle Shadows, Fahrzeuge nähern sich dem Fußballplatz. Südwesten. Verschuss. Südwesten. Der Fußballplatz. Verstanden. Die Wies dieser Mörderstellungen angreifen. Mörder sind ausgeschaltet. Nett. Guter Angriff. Feindliche Personen im Südwesten. Angriffsfreigabe auf alle. Hab ihre Luftabwehr. Getroffen. Soldaten, drehen Sie sich jetzt nach Nordaufluss. Na? Alejandro, wo ist die Evakuierung? Wir sind fast leergeschossen hier. Noch eine Minute. Militärfahrzeuge überqueren den Fußballplatz. Hubschrauber nähert sich auf Südwesten. Verstanden. Sie ficken alles, was sie haben. Wir setzen der Koalition nur einem Nachmittag an Ende. Noch zwei mehr Ressene. Ich hab noch zwei. Was leergeschossen ist. Haltet eure Mörderbereich. Morrieremo Scionja. Da alle nach. Bitte wahren. Parkieter Anteil. Alte Fahrzeug bewegt sich auf der Straße nach Norden. Das wusste ich gar nicht. Das Panzerfahrzeug bewegt sich auf der Straße nach Norden. Wir werden rankehren. Wir werden auf Süden beschaffen. Bei der Schule. Gute Einheit. Rakete hat uns anvisiert. Die Schuhefeier. Luftanwärteam zerstört. Guter Schuss. Wir werden auf Süden beschaffen. Bei der Schule. An alle Einheiten hier, Headshot 3-1. Wir nähern uns von Südwesten. Noch 40 Sekunden. Headshot 3-1, hier Shadow 1. Versteht sich. Wir müssen auf dem Platz des Restaurantgebäudes. Die Landeszone wird ein. Wir fallen auf Positionen geben. Verstanden. Wir sind unterwegs. 3-1 Ende. 30 Sekunden. Verstanden. Da ist ein Luftabwehrteam bei der Brücke. Nordseite. Leer. Hier. Das Letzte. Was wo? Rakete hat uns anvisiert. Die Schuhe hat uns unterwegs. Luftabwehrteam ausgeschaltet. So geht das. Graves, unser Ausgang wird von einem Panzerwagen blockiert. Erbitten Luftunterstützung. Die W. Die Fahrzeuge angreifen. Anliegen diese Penner, kapieren das Hassan mit uns. Achtung im Norden. Panzerfahrzeuge überqueren die Brücke. Mehr Panzerfahrzeuge über die Brücke zur Nordseite. Das Kartell ist in der Nähe der Tankstelle. Shadow 1, Engine 3-1. Wir sind auf Positionen. 3-1 verstanden. Landeszone westlich des Gebäudes. Verwendet in hier in sicherer Positionen. Cardinal 3-1 verstanden. Bravo 07, Evakuierung ist da. Letzter Ausgang des Gebäudes. Sie warten auf euch. Shadow 1 verstanden. Wir sind unterwegs. Go! So! Rudy! Wir verschwinden! Los! Okay, bin unterwegs. Kopiado. Gott sei Dank. Verstanden. Bravo 07, Landeszone gesichert. Vorder. Verstanden. Sind unterwegs. Alle rein! Das sollte dem Kartell eine Leere sein, ja? Oh ja, hermano. Sie kommen von den Meeren. Nur Soldaten verloren. Und zwar Ihren Ruf. Das bricht sich schnell in der Schalmer herum. 3-1, Sie bereit! Shadow 1, Hedger 3-1. Einhalten und Kraft sind gesichert. Sie haben zur Basis zurück. Jeeha! 3-1 bestätigt. Shadow backen ab. Erstmal Beweise vernichten. Auf die Knie. Und? Klarer Empfang? Kristall klar. Alles klar. Okay. Wir sind live, Freunde. Sprechst du Arabisch? Nein. Farsi? Nein. Typisch. Dann spreche ich euer Bastard Mittelalter Englisch. Denn ihr seid alle ungebildete Hunde. Also, wir legen hier einen miesen Start hin, Hassan. Du redest mit einem Kurzoffizier. Du kommandierst eine fremde Terrororganisation. Das gleiche gilt für dich. Was ist euer Ziel, Offizier? Was war das Ziel beim Beschuss auf mein Land? Na, vermutlich dein kleiner Arsch. Verlogen und unverschämt. Du wirst mich noch respektieren, wenn deine Nation brennt. Du spielst mit einem Kartell, Hassan. Und wenn du verschwindest, niemand wüsste, wo deine beschissenen Überreste sind. Ich wette, ihr würdet mich nur zu gerne foltern. Woher stammen die amerikanischen Marschflugkörper? Mir ist egal, woher sie stammen. Ich will wissen, wohin sie gehen. Sieh dich um, Hassan. Entweder gibt es eine Raubtierfütterung, oder du redest. Ich bin eine Geisel. Das ist illegal. Du bist ein Kriegsgefangener. Iran ist nicht im Krieg mit Mexiko. Ich breche keine Gesetze. Dieser Mann und seine Leute sind die Gesetzesbrecher. Du und dein geliebter General Gorbrani habt jedes... Sprech deinen Namen nicht aus! Ihr habt ihn ermordet und werdet dafür büßen! Allah, du lechadr! Alla Musa! Ich will den Bastard entweder hinter Gittern sehen, oder ganz, ganz tief unter der Erde. General. Hassan zu töten ist ein Kriegsverbrechen. Ihn festzuhalten illegal. Wir müssen ihn vorerst gehen lassen. Sagen Sie mir, Sie haben etwas Greifbares, Laswell. Ich arbeite daran. Moment. General. Lassen Sie mich das beenden. Mir wäre nichts lieber, aber... Laswell hat Recht. Ohne Beweise müssen wir ihn gehen lassen und beschatten. Wir haben ihn. Das ist nicht Ihr Ernst. Leider doch, Junge. War was auf seinem Telefon? Positiv. Ich habe was. Gut. Jetzt bringen Sie ihn zurück und lassen Sie ihn gehen. Los! Geh mir! Geh mir!